Sensationell! Also das alte Logo war in die Jahre gekommen und dann haben wir uns gemeinsam mit unserem Partner EWF entschlossen, dem Ganzen einen moderneren Anspruch und Anstrich zu verleihen. Das sollte modern gestaltet und ein bisschen auch für junge Leute attraktiv sein. Unsere Anzeigenkampagne war nicht mehr auf dem Stand der Zeit und wir haben dann einen Namenswettbewerb gemacht. Sieger des Namenswettbewerbs war das Bärenbart mit überwältigender Mehrheit und dem musste jetzt natürlich auch das Logo folgen. Dementsprechend haben wir eine Umsetzung über einen Designer gemacht und sind jetzt so weit, dass wir das neue Logo präsentieren können.